So, ich hab grad drei Stunden aus der heute erschienenen Early Access von No Rest for the Wicked gespielt. Und jetzt hab ich den Typ, der auch wicked ist, nämlich den Macher quasi von diesem Spiel, von den Moon Studios. Den Macher von Ori and the Blind Forest, Ori and the Will of the Wisp und No Rest for the Wicked, Thomas Mahler. Vielen Dank, dass du so spontan, ich hab dir eben grad nur geschrieben, du hast sofort Ja gesagt und jetzt hier einfach spontan dich in einem kleinen Q&A stellst. Weil ich hab auch ganz viele Fragen im Chat, während ich gezockt habe, bekommen von Leuten, ja, was ist denn jetzt in der Vollversion drin? Ist das drin? Ist das drin? Kann man Magier spielen? Und ich konnte natürlich nur bedingt auf die Fragen auch antworten, weil ich ja selber auch nur grad drei Stunden gespielt hab. Daher geb ich gleich mal in den Chat rein, wenn ihr Fragen habt zu No Rest for the Wicked an Thomas. Alles, was ihr wissen wollt über das Spiel, er ist der Mann, der sich's ausgedacht hat und der's gemacht hat. Also er ist sozusagen, was beim Souls der Miyazaki ist, ist der Maler beim No Rest for the Wicked. Aber jetzt erzähl erst mal, wie waren so die letzten Stunden? Es ist ja mit diesem Early Access dann für euch auch Neuland. Das gab's ja, glaub ich, bei den Ori-Spielen gab's das nicht, ne? Ja, wir wollten, wir fanden Early Access schon immer interessant für uns, weil bei den Ori-Spielen war's immer cool, grad wenn das Spiel rausgekommen ist, weil so allen Twitch-Streamern zu folgen, einfach zu schauen, was sind die Reaktionen und so weiter und da ein bisschen drauf zu reagieren. Aber das Problem war immer, wir haben Boxed Products gemacht mit Ori. Wir konnten einfach da nicht mehr reingehen und sagen, okay, jetzt machen wir noch eine Area dazu oder wir reagieren auf dies und das Feedback und so weiter. Und ich glaub, das wird jetzt extrem faszinierend werden, einfach die ganze Diskussion zu folgen. Hey, es ist ein ARPG, Leute werden super viele Ideen mitbringen und so weiter und Feature-Requests haben. Und da freu ich mich extrem drauf, einfach so Debatten zu haben mit der Community, einfach zu sagen, hey, jetzt haben wir das Feature drin und so weiter und Leute zu überraschen damit. Wie muss ich das anfangen? Ihr habt jetzt, glaub ich, über sechs Jahre, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal ist, dass du mir erzählt hast. Ende 2015. Ja. Ich hab die ersten Prototypen gemacht. Und ich weiß noch, wie du mir davon erzählt hast und erste Skizzen und Ideen. Also ich war ja wirklich von Anfang an von der ersten Idee, wo ich noch gedacht hab, na ja, Thomas, warte mal ab, ob das so klappt. Und jetzt ist dieses Spiel da. Und wie, was ist das auch so ein Gefühl jetzt? Das muss doch unglaublich auch, ja, aufregend sein, wenn die Leute dann endlich Hand anlegen dürfen und zocken können. Und das ist wie so ein Koch, der sein Essen gemacht hat. Und jetzt können die Leute essen. Es ist schon, es ist ein verrücktes Gefühl. Auf der anderen Seite, ich bin im Moment im Ausnahmezustand. Ich lebe seit Monaten nur mehr im Office. Ich habe sogar meine Zahnbürste hier unten und so weiter, weil es noch viele Sachen zu tunen gab. Ich glaube, ich muss es jetzt erst ein bisschen einwirken lassen und so weiter. Außerdem sind wir halt ein sehr iteratives Studio und wir müssen halt schauen, dass wir auch die Bugs fixen, die wir sehen und so weiter. Das heißt, ich kann es, glaube ich, noch nicht so ganz fühlen, aber es ist richtig cool zu sehen, dass die Leute halt so auch schon positiv reagieren. Einfach auch schon, wenn wir Trailer gezeigt haben und so weiter. Weil du weißt nie, wie die Leute reagieren. Wir sehen das Spiel halt die ganze Zeit. Für uns ist alles normal. Und dann sehen Leute das Spiel das erste Mal und sind so, wow, die Grafik sieht toll aus. Und wir sind so, ah, das fällt ein Stein vom Herzen, weil wir einfach nicht wissen, wie es ankommen wird. Es gibt natürlich auch immer das Risiko bei Early Access, dass ihr ein unfertiges Spiel anbietet. Und die Leute, auch wenn man es zehnmal sagt, es steht sogar am Anfang im Spiel und so weiter, die Leute aber, gut, die zahlen dann halt Geld und die erwarten irgendwie aber vielleicht auf eine gewisse Art und Weise trotzdem ein fertiges Spiel. Obwohl man denen sagt, es ist ein Early Access Spiel, es ist nicht fertig. Wie geht ihr jetzt mit auch Kritik um von Leuten, die sagen, ja, aber da fehlt noch was oder da ist ein Bug oder da ist ein Performance-Issue oder so? Das ist ja auch immer ein Risiko bei so einem Early Access Spiel im Gegensatz zu einem Spiel, was dann boxt, mehr oder weniger rauskommt, auch wenn das viele Spiele dann irgendwie Patches haben. Ich freue mich drauf. Ja, ich freue mich drauf. Wir hören uns ganz genau alle Kritiken an. Ich werde alle Foren durchsehen. Du bist ja auch im alten Maniac Forum. Ich schaue da auch durch. Ich werde alles lesen. Wir werden es dem Team weitergeben und so weiter. Ich freue mich da richtig drauf, dass wir einfach uns die Kritik ansehen können und auch reagieren können. Und was wir halt machen können und worauf wir uns fokussieren sollten, ist einfach, hoffentlich können wir die Erwartungen auch noch übertreffen dann. Dass die Leute gewisse Features haben wollen, gewisses Dies und Das und wir dann einfach, hey, und es kommen immer wieder neue Sachen und so weiter. Es soll sich so ein Back and Forth kreieren zwischen uns und der Community. Deswegen sind wir ja im Early Access. Die Leute sollen ihr Feedback geben und ihre Kritik geben, weil wir wollen perfektionieren. Wir wollen mehr Feedback haben. Wir wollen noch mehr reinhauen in das Ganze. Und wir haben ein extrem coole Roadmap. Unser erstes großes Update ist Multiplayer und so weiter. Da wird es auch extrem viel Feedback geben. Aber genau deswegen sind wir ja im Early Access, dass die Leute halt auch kritisieren können. Wenn jemand fragt, was ist das eigentlich für ein Spiel? Die Frage kam oft im Chat, weil die Perspektive lässt manchmal vielleicht mehr auf Diablo schließen, das Kampfsystem mehr auf ein Souls-like. Wenn dich jemand fragt, was ist das für ein Spiel? Wie würdest du es selber erklären? Mein kurzer Elevator-Pitch war immer, wir versuchen, einige Genres zu mixen im Grunde. Wir wollen eines der besten Combat-Systems am Markt kreieren für E-RPGs. Das mixen mit dem Exploration, was du typischerweise in einem Zelda-Titel siehst, mit halt auch dem Level-Design und so weiter von einem Zelda und nicht so einfach nur eine flache, procedurally generated world, die du in einem Diablo hast. Dann mixen wir da eben die Diablo-Retention-Momente dazu, dass du nicht aller Souls, zum Beispiel in Souls habe ich immer ein bisschen das Problem gehabt, dass hey, hier ist eine Schatzkiste oder hier ist ein Gegner und der droppt immer dasselbe Loot. Wenn eine Schatzkiste hier spawnt, dann wird die immer genau dasselbe beinhalten. Wir wollten halt diese Retention-Elemente haben, die Diablo hat, dass ich das Spiel tausendmal spielen kann und tausendmal ist meine Erfahrung ein bisschen anders. Das gemischt mit Multiplayer, plus dann haben wir auch noch die ganzen Social-Elemente, die so ähnlich wie Animal Crossing und Stardew sind. Einige davon kommen jetzt erst in neuen Updates und so weiter, aber das wird auch extrem cool. Wir wollen halt auch dieses Cozy-Element drin haben, dass die Leute in der Stadt sein können oder einfach wenn sie irgendwie einfach einen Lumberjack spielen wollen im Spiel, dass das auch funktioniert, solche Dinge. Und das alles zusammenmischen und dann hoffentlich ein neues Rezept für Schorn regieren. Das ist eine lange Fahrstuhlfahrt auf jeden Fall gewesen. Aber ihr habt euch natürlich auch eine Menge vorgenommen. Immer wenn wir so ein bisschen drüber gelabert haben und wir so gebrainstoppt haben und ich gesagt habe, weißt du, was geil wäre, wenn sowas oder sowas gesagt wäre, ja, wollen wir machen. Wollen wir machen. Es war eigentlich immer irgendwie so ein Ding, wie so ein, wenn man sich selber ein Videospiel bauen könnte, wie würde man es machen? War das auch so ein bisschen dein Ding? Ja, deswegen fühlt es sich für mich so cool an. Es ist im Grunde jeden Tag, wenn ich ins Ding komme, ins Office komme, ist es so ein, hey, lass uns einfach ein richtig cooles Spiel machen. Aber was mich halt immer fasziniert hat, vor allem selbst beim Prototyp damals, wenn du so ein Top-Down-Ding hast, ich meine, ich bin aufgewachsen, du ja auch, indem ich Zelda 1 gespielt habe beim NES und dann ein Link to the Past und so weiter. Und schon beim ersten Prototyp habe ich gesehen, oh mein Gott, da ist so viel Untapped Potential da, da ist so viel, da kann man so viel machen. Ich habe zum Beispiel beim ersten, auch schon im Prototyp, so viele verschiedene Game-Mode ausprobiert, die funktionieren könnten, wo du, wo ich zum Beispiel, jetzt nehme ich mal irgendwas, einen Tower-Defense-Mode gemacht habe, einfach nur mit meinem Charakter, dass du halt das RPG-Element einfließen lassen kannst, und so was und so weiter. Und ja, das ist richtig cool und da wird sicher auch jetzt einiges von uns noch kommen, was man nicht erwartet. Ich glaube auch zum Beispiel, das Housing hat niemand erwartet, weil du halt hörst, so Top-Down-Dark-Souls und dann kommen wir mit, oh, es ist auch Housing drin und so weiter. Und das alles zu vereinen und alle Elemente zu verbinden, denke ich, wird sehr, sehr cool sein. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen über diese Roadmap auch sprechen. Ich kann ja mal hier auch auf die Seite gehen, was da beim Early Access, da steht ja auch schon eine Menge drin. Also mehr Spieler hast du jetzt auch schon gesagt. Hier steht jetzt vier Spieler Koop. Wie muss man sich das dann genau vorstellen? Ich erinnere mich, wir hatten ja auch mal drüber gesprochen. Deine Idee war ja auch immer so ein bisschen, man kann zusammenspielen, aber es kann auch jemand alleine spielen und dann kann der andere dazukommen und man kann sich so gegenseitig helfen. Hat das auch was mit diesen Realms zu tun? Wie habt ihr das euch vorgestellt? Genau, stellst dir einfach wie einen Minecraft-Realm vor. Das heißt, wenn du ein Spiel kreierst in Wicked, kreierst du ein Realm. Der ist jetzt aber dann auch online. Das heißt, sobald du dein Realm sharest, ist der einfach immer da. Das heißt, wir können dann zwar Elemente haben, wo wir beide ein Spiel uns sharen und uns beiden gehört die Welt. Wir können sie beide influencen, wie wir wollen. Das heißt, ich kann hergehen und dieses eine Haus kaufen, das kannst du jetzt dann nicht mehr kaufen und ich gehe dann, wir spielen zusammen, ich muss, weiß nicht, drauf zu meinen Kids und du kannst aber weiterspielen, selbst wenn ich offline gehe. Und dann, das kreiert solche Momente, die wir jetzt auch im Development oft gehabt haben, wo du halt am nächsten Tag in der Früh komme ich online und sehe dann, oh mein Gott, der Eddie hat die ganze Zeit durchgeradet und hat urviel Materialien für uns gefunden, die wir brauchen. Cool, jetzt kann ich mir endlich diese Rüstung machen und so weiter. Wir wollen einfach vom Gefühl her haben, dass sich Multiplayer anfühlt wie, okay, du bist einfach Teil von einer Welt und du sharest diese Welt, du teilst diese Welt mit deinen Freunden. dass halt wirklich so eine, hier, ich kriege eine Welt, eine Realm ist eine Welt und die ist einfach da, die ist einfach online und die existiert. Wir benutzen auch Zeit zum Beispiel. Das heißt, wenn du im Sacramento ein Upgrade machst, dann dauert das auch eine gewisse Zeit und das läuft auch weiter, wenn das Spiel offline ist. Und da gibt es dann viele Elemente, die wir reinhauen wollen. Wir wollen auch Events machen und so weiter, solche Dinge, die dann live sind, wo du zu gewissen Zeiten dort sein musst, weil dann die Sonne aufgeht und dann so und so dies und das passiert. Ich will zum Beispiel am 5. Dezember haben, dass wir ein paar Campus herumlaufen haben durch Soda Sackler, die dann halt super cooles Loot droppen und so weiter. Aber das ist die Idee, dass du einfach eine Welt teilst und dass es nicht so a la Dark Souls ist oder Diablo, wo du im Grunde, für mich ist das im Grunde ein bisschen ein veraltetes Modell, weil du halt, einer muss der Host sein und dann kann ich kurz einen Spieler reinladen und wir haben, ich share kurz meinen Speicherstand mit dir und dann bist du aber wieder weg und alles ist wieder normal und du gehst zurück in deinen Speicherstand und alles, was du auf dem Server gemacht hast bei deinem Freund, existiert nicht mehr. Jetzt musst du es nochmal spielen. Wir wollten halt mehr so ein Ding haben, dass es wie so ein Dungeons & Dragons Ding ist, dass du einfach, hey, wir spielen diese Welt zusammen und wenn ich, wenn du irgendetwas machst, hat das eine Influence auch auf meinen, auf mein, auf mein Erlebnis und so weiter. Das war die Idee. Das bedeutet aber ja auch, ist das dann für Endgame oder wie muss man sich das vorstellen? Weil einerseits hat man ja einen Singleplayer, eine Kampagne quasi, einen Story-Modus, aber was ist dann, was passiert dann, wenn wir Multiplayer spielen? Es muss ja eine Motivation geben, sozusagen, weiter zu craften, zu sammeln, zu housing, housing zu machen und so, zu exploren und so weiter. Also muss es ja auch noch über die Story hinaus irgendwie was geben. Ich war jetzt tatsächlich noch nicht in der Open World, ich bin immer noch kurz vorm ersten Boss, deshalb kann ich jetzt ... Ich will dir noch nicht zu viel verraten, spiel es einfach. Wir haben unser Alive-System, wir haben den ganzen Endgame-Content und so weiter, es wird immer wieder neue Sachen geben, aber spiel erst mal, was wir jetzt schon haben. Es gibt die Kampagne, aber aller, so wie bei Diablo, die Kampagne ist ja halt nur ein Teil. Wir wollen halt auch haben, dass du dieses Gefühl hast von, hey, ich habe jetzt die Kampagne fertig gemacht und in Wirklichkeit hast du vielleicht 20, 30 Prozent vom Spiel gesehen. So was halt. Dass du halt immer wieder, dass es halt, es ist dieses Carrot on a Stick, dass es halt immer wieder neue Challenges gibt und dann brauchst du halt auch immer neues Gear und neue Builds und so weiter und das treibt dich halt immer wieder voran. Dann kommen wir jetzt mal hier langsam zu den Fragen. Das war nämlich auch eine Frage, ich habe es eben irgendwo gelesen, was die Spielzeit angeht. Das ist ja dann auch gar nicht so leicht zu beantworten, je nachdem, weil das ist ja ähnlich wie bei einem Diablo, kann man sagen, ja, Kampagne weiß ich nicht, 30 Stunden oder so, aber manche Leute verbringen 80.000 Stunden in Diablo. Also es ist so, wie würdest du das dann für Wicked beantworten? Ist im Grunde ähnlich. Wir sehen so, jetzt im Testing haben wir gesehen, dass die Leute alleine für die Kampagne, um einfach ihren ersten Durchgang zu haben, mindestens 15 bis 25 Stunden brauchen, weil es halt auch Leveling drin ist und so weiter, die Leute grinden halt auch, die Leute benutzen die ganzen Metasystems, bauen die Stadt auf und so weiter und dann das Coole bei Brigitte ist, ich war in den letzten Monaten extrem verrückt, wir haben halt über 100 Waffen jetzt implementiert, genau 100 für Early Access, ich habe ein paar gecuttet noch, kurz vor dem Schluss, aber es sind genau 100 Waffen drin und das Coole ist, wir haben so viele Animationen über die letzten 6 Jahre ergeht, dass ich wirklich hergegangen bin und jeder einzelnen Waffe eigene Animationen verpasst habe, was auch einen eigenen Playstyle hat, weil es halt ein Animation-Driven Combat System ist. Das heißt, jede Waffe soll sich im Grunde ziemlich anders anfühlen oder zumindest einen Unique Touch haben. Das heißt, wenn du jetzt ein Strength-Build spielst, könnte sich der so anfühlen, dann spielst du das Spiel nochmal, spielst aber jetzt ein Decks-Build und nimmst, baust dein ganzes Bild auf auf dem Curved Sword Buried Samshare zum Beispiel und dann spielst du aber noch ein Decks-Build und baust dein Bild auf auf irgendein Speer, wo es sich dann nochmal komplett anders anfühlt und du komplett andere Skills bekommst und so weiter. Das ist die Idee dahinter, dass du halt nicht nur einen Durchgang hast, sondern einfach auch mehrere Mal spielen kannst und deine Erfahrung halt komplett anders ist, auch weil eben RNG-Elemente drin sind, dass du Enchantments bekommst, die du vorher nie bekommen hast und so weiter, auf denen du komplett ein Bild aufbauen kannst. Wir haben ziemlich coole Sachen drin, wo du zum Beispiel Builds machen kannst, die nicht auf Fokus ausgelegt sind. Fokus ist unsere, im Grunde Miner-System oder solche Dinge oder einfach verrückte Enchantments haben wirst. Da bin ich auch extrem gespannt drauf, was die Leute da kreieren, weil wir haben so ein super komplexes System kreiert, wo die Leute im Grunde ihre eigenen Builds erstellen können. Das ist nicht so ähnliches wie bei Diablo, wo du einfach sagst, hey, ich bin ein Paladin und dann gibt es so, okay, ich kann ein Paladin sein, der in diese Richtung geht und in diese und dann in Wirklichkeit, oh, die meisten spielen einen Hammerdin, weil halt die Designer entschieden haben, das macht am meisten Damage. Das heißt, das werden die Leute machen und bei uns ist es halt, es gibt keine Hard Classes, wir nennen es Soft Class System, dass du einfach selbst durch das Gear, durch die Runes, die du benutzt und durch deine Attributes und so weiter genug Entscheidungsfreiheit hast, dass du einfach, im Grunde ist alles einfach nur diese Fantasy Fulfillment. Wenn du einen Grim Reaper spielen willst mit einer riesen Sichel und so weiter, cool, dann solltest du, es sollst genug Runes geben, die richtig cool sind, so Special Attacks im Grunde geben, die richtig cool sind, die dieser Klasse, zu dieser Klasse passen. Es sollt genug Waffen geben, es sollt genug Armor geben und so weiter und du solltest diesen Spielstil kreieren können. Aber das ist ja auch unfassbar schwer, das alles zu balancen. Wie kriegt ihr das hin, dass da, deshalb wahrscheinlich auch Early Access, um auch zu gucken, dass ihr da bei 100 Waffen nicht eine da reingepackt hat, wo ihr merkt, okay, scheiße, der Doppeldolch, was weiß ich, der haut gerade alles um, den müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen langsamer machen. Also es ist ja unfassbar schwer, das so abzustimmen. Genau deswegen sind wir auch im Early Access. Wir haben jetzt ein Jahr lang im Grunde nur Tools gebaut, intern und alles systemisch aufgebaut, dass wir halt extrem leicht tweaken und balancen können, dass wir mit so wenig Handgriffen wie möglich eine riesen Auswirkung haben können auf das ganze Spiel. Und das Problem, was wir halt gehabt haben und deswegen haben wir uns für Early Access entschieden, ist halt, okay, du kannst das als, wir sind ein 90-Mann-Team im Moment und du kannst das nicht auf dem Level testen. Wenn es jetzt Millionen Leute spielen werden, hoffentlich, dann kriegst du Zahlen rein, die halt, oder werden Builds probiert und so weiter, auf die du halt nicht kommst, weil es so viele Variationen gibt. Wenn es, weiß ich nicht, 20.000 verschiedene Builds gibt oder sowas, dein 90-Mann-Team kann nicht alle austesten. Das ist die Idee dahinter. Jetzt ist ja auch schon die Frage, zum Beispiel Vault Cope fragt hier gerade, wie lange ist die Early Access-Phase geplant? Könnt ihr dazu schon Angaben machen? Ja, wir haben ein Pi mal Daumen eine Idee, weil wir wollen ja auch auf Konsolen rausbringen und so weiter und das sollte nicht zu lang dauern, aber wir wissen es jetzt noch nicht. Erstmal gehen wir rein mit, hey, wir schauen uns jetzt mal Early Access an auf Steam am PC und wir wollen das Spiel so extrem perfektionieren, bis zum geht nicht mehr, wir wollen wirklich hoffentlich das Schauen rein, ein bisschen weiter pushen und sobald es dann ready ist, dann kommt es raus auf allem. Aber wir wollen jetzt erstmal wirklich nur die Zeit nehmen und sagen, Leute, wir geben es euch in die Hand, wir schauen uns alles Feedback an, lasst uns perfektionieren, lasst uns perfektionieren und so weiter und sobald es dann wirklich fertig ist, kommt es auf allem raus. Okay, das heißt dann Konsolen, für welche Konsolen ist geplant? Xbox, PlayStation 5 und wahrscheinlich, also jetzt schauen wir mal, was Nintendo rausbringt. Oh, da hat er sich fast verplappert. Okay, aber du kannst jetzt noch nicht sagen, wann die Konsolen-Versionen rauskommen, das hängt jetzt auch ein bisschen von der Early Access-Phase ab. Genau, jetzt warten wir mal Early Access ab, wir schauen mal, dass wir alle Features reinkriegen und so weiter, dass wir ein gutes Rollout haben und dann sobald wir wirklich, wirklich happy damit sind, dann gibt es ein großes Rollout. Ist so ähnlich wie das, was Hades und Supergiant mit Hades gemacht hat und so weiter. Wir wollen einfach mal, wir wollen jetzt mal in der Early Access-Phase sein und uns nicht irgendwie super viel Stress machen und sagen, an dem Datum ist genau das, sondern einfach, nein, es geht darum, dass wir einfach das Spiel, es geht ums Spiel, einfach, wir wollen die Qualität so hoch wie möglich haben und alles perfekt machen und dann kommt 1.0. Wird es eine Demo geben für PlayStation 5? Ist hier die Frage. Das weiß ich jetzt noch nicht. Müssen wir schauen. Ist ja okay, wenn es noch nicht weiß. Dann habe ich hier die Frage, warte, wo war es? Gibt es Invasions wie in Dark Souls? Das ist ja etwas, was wir auf alle Fälle besprechen. Ich nehme stark an, wir werden das einbauen. Technisch gibt es keinen Grund, wieso nicht. Ich bin halt auch, ich weiß nicht, ob du damals mit Ultima Online interagiert hast. Bin ich, aber ein bisschen. Ich kenne es noch, ja. Aber da gab es halt auch diese coolen Momente, wo du halt, oh, ich gehe aus der Stadt raus und auf einmal ist irgendwie ein Mörderer im Wald und wartet auf dich und kann dein Zeug stehlen und so weiter. Und wir haben ein paar Tests auch schon intern gemacht, wo wir im Grunde das machen können, wo wir solche, wo du es selber entscheiden könntest, hey, lasse ich, wie mache ich meinen Realm? Soll das ein Realm sein, der komplett offen ist oder der eben geschlossen ist und so weiter und wir könnten sogar solche Dinge einbauen, wie hey, sobald dich jemand überfällt, weißt du, und du spielst auf einem Hardcore Realm oder so, dass der dann halt auch deine Sachen stehen kann oder sowas. Solche Dinge. Wir müssen einfach schauen. Technisch auf alle Fälle möglich, aber erst mal, der erste Schwung ist Coop, dass wir das jetzt releasen und drin haben und da bin ich auch extrem gespannt drauf, weil das PvP-System, was wir haben und die Arena, die wir haben, weil ich da ein bisschen auch so in Partygame-Richtung pushen will, weil es extrem viel Spaß macht, in den Arenen gegeneinander zu kämpfen mit unserem Kampfsystem und so weiter und ich will da auch das Genre ein bisschen weiter pushen mit einfach mit einem Level-Design, dass es so, ich weiß nicht, damals, dass es so viel Spaß macht, wie damals Bomberman zu spielen oder Warms oder Powerstone. Genau, genau, dass es in die Richtung geht, wo es einfach so extrem viel Spaß macht mit, oh mein Gott, der Gegner hat mich auf 2% Health runter und auf einmal toss ich ihn in einen Abgrund runter und wow, weißt du, einfach auch Fighting-Game, ich hab von... Ich wollte gerade sagen, du hast immer gesagt, dass das Kampfsystem auch für, also dass die Inspiration für das Kampfsystem auch so Fighting-Games für dich sind. Genau, dass im Grunde hast du ja nie wirklich so 3D-Fighting-Games gesehen. Wir haben jetzt dieses extrem komplexe Kampfsystem, was hoffentlich, finde ich, eines der besten am Markt ist und wir noch weiter polishen werden, aber bei Fighting-Games, wenn wir von 3D-Fighting-Games reden, dann ist es noch immer, wir reden von Techno oder Virtual Fighter, die in Wirklichkeit 2.5D sind, weil du halt auch auf einer zweidimensionalen Fläche herumläufst. Aber das, was wir sehen, ist auch so, ich will so ein bisschen in Richtung 3D-Nithalk gehen, dass das einfach extrem Spaß macht, wenn du auch in einer 3D-Arena wirklich kämpfen kannst und dann auch die Arena interaktiv ist und für dich benutzen kannst, dass du halt wirklich wie in einem Fighting-Game gegeneinander kämpfst, aber dann auch, oh mein Gott, und er hat jetzt diese Falle aktiviert in der Welt und so weiter. Auch so ein bisschen, wir können auch so Sachen übernehmen von Arena-Shooters zum Beispiel, das halt, oh und hier droppt dein Quad-Damage-Ding für kurze Zeit, was mich boostet und so weiter. Da müssen wir noch Tests machen, aber das wird jetzt extrem interessant. Junge, Junge, was ihr euch da alles vorgenommen habt. Das war die Idee dahinter, dass wir im Grunde eine Plattform bauen in den sechs Jahren, auf die wir einfach iteraten können, die einfach crazy ist. Dass es nicht im Grunde nur ein Spiel ist, sondern eine ganze Plattform, wo wir einfach wirklich verrückten Shit machen können. Hier fragt Philly84, wächst die Map mit der Zeit, neue Gebiete etc.? Auf zwei Arten und Weisen. Wir haben unser Alive-System, das heißt, die Idee ist, sobald du auch das erste Mal, wenn du durch eine Area durchgehst, sagen wir zum Beispiel Mariness Keep, da warst du eh schon, diese Fortress Area am Anfang, da sind die Gegner noch handplatziert, weil wir es dir beibringen müssen, hey, am Anfang kill einmal den Gegner und dann kommt auf einmal so einer und dann kommt einer mit einem Dolch und dann kommt einer mit einem Schild und dann kill einmal zwei Gegner gleichzeitig und so weiter. Das Ding ist aber, sobald du zurückkommst, sind die Gegner komplett anders. Das heißt, wir benutzen da ein bisschen so ein Handcrafted System, wo auch Procedurality drin ist, Procedural Systems drin sind, wo wir einfach schauen, okay, welche Gegner spawnen wir jetzt und wie gut hast du vorher gespielt und was spawnen wir hier jetzt und so weiter und auf die Art und Weise ändert sich die Welt immer wieder und die andere Art und Weise ist, dass, ja, wir werden auch, es ist aktives Development, das heißt, du wirst immer wieder die Momente haben, wo, hey, ich komme ins Spiel und der Thomas hat eine neue Höhle kreiert und auf einmal ist die jetzt einfach da oder wir haben die Welt einfach auch oder das Level-Design auch verändert oder neue Bereiche hinzugefügt und so weiter, das wird auf alle Fälle passieren. Nächste Frage von Mito, gibt es jetzt im Early Access ein Lager für die Items? Ja, ja, klar, es ist Sacramento, du hast die Stadt, die kommst du rein, sobald du in Warwick die Torrent besiegt hast und dann kannst du dort machen, was du willst, du kannst dein eigenes Haus kaufen, du kannst dort deine eigenen Chests dort kaufen, alles dort auffüllen, du kannst Crafting Tables kaufen, du kannst Refineries kaufen, um deine Materialien zu refinen von Raw Materials zu Refined Materials und so weiter und so weiter. Da, denke ich, machen wir schon beides mehr, als man es normal im Genre sieht. Ihr fragt Filmushof, glaubst du, dass Ori, in Klammern sehr tolle Spiele, euch beim Marketing für Wicked helfen wird, sodass es so viele Leute wie möglich erreicht? Auf was mal. Ich weiß, dass wir viele Leute haben, viele Fans haben von der Ori-Seite, wir haben auch über 10 Millionen Units jetzt mittlerweile verkauft von Ori, und ich hoffe, dass uns Leute einfach auf dieser Reise begleiten. Dann hier noch, wird es eine Rangliste geben? Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, aber... Ich nehme stark an E a la Diablo und so weiter, dass man einfach sieht, hey, wer ist gerade der beste Spieler, wer hat am schnellsten gelevelt und so weiter, das werden wir auf alle Fälle reinbringen. Okay, dann noch die Frage nach Steam Deck. Steam Deck läuft, ist noch nicht super optimiert, aber es läuft jetzt circa mit 30 Frames, da müssen wir auch schauen, ich weiß nicht, ob du damals verfolgt hast, unsere ganzen Performance, Sachen von Will of the Wisps und so weiter, aber jetzt erst mal war wichtig, das Spiel rauszukriegen, alle Features drin zu haben und so weiter, das heißt, Optimization war jetzt noch nicht unser Superfokus, wird jetzt aber ein großer Fokus werden. Es läuft okay auf dem Steam Deck, aber es wird in den nächsten Wochen und Monaten sicher weiter besser laufen, als es jetzt läuft. Hier ist die Frage von Heartbreakit, ist das Loot random? Wenn Version 1.0 erscheint, gibt es Character Reset? Loot ist random, wir haben unsere Loot Tables und so weiter, das heißt, es ist nicht wie Dark Souls, wo du einfach hast, hey, in dieser Chest ist in jedem Spielstand das Grass Grass Shield drin und so weiter, sondern du weißt nie, was du bekommst. Du startest das eine Spiel und du bekommst diese Waffen, dann startest du irgendwann mal später ein neues Spiel und du bekommst Waffen, die du vorher noch nie gesehen hast. Das ist die Idee. Du weißt auch nie, was du bekommst. Du musst die ganze Zeit, wir kreieren diesen Need, dass du dauernd neue Items kriegen willst und musst und einfach ein Need dafür hast und du weißt aber nie genau wann und wo. Es ist aber auch targeted, das heißt, das macht auch irgendwie Sinn, das heißt, ein Wolf wird jetzt zum Beispiel nicht Gold droppen für dich, sondern ein Heid, wie sagt man da, ich rede so viel Englisch im Studio nur, dass es teilweise hört er gar nicht mehr an. Ja, so ein Fell. So ein Fell, ja genau. In die Richtung geht es ein bisschen, aber jeder Enemy hat seinen eigenen Loot Table und so weiter und es sind auch verrückte Loot Tables drin. Ich habe sogar jetzt auch vor ein paar Tagen noch so Loot Tables kreiert, wo du, wenn du fischt, hast du eine 0,001% Chance, dass irgendwas, ein Armor droppt und so weiter. Und dann, sorry, was war die Frage nochmal? Die zweite Frage, muss ich auch gucken, war, wenn Version 1.0 erscheint, ob es ein Character Reset gibt. Das werden wir sehen. Wir müssen jetzt, wie gesagt, Early Access, wir müssen jetzt mal schauen, wie viele Sachen werden wir ändern. Das kommt einfach ganz stark darauf an, okay, wie groß wird sich das Spiel ändern? Werden wir vielleicht? Unser Attribute System ändern? Wird dies und das drin sein? Ich gehe mal stark davon aus, dass wir wahrscheinlich mit Sicherheit ein Reset machen werden bei 1.0, aber ja, mal schauen. Dann, interessante Frage von Philly, wie kommt es zu dieser Art Ansicht, Kameraperspektive? Der Artstyle ist ja ebenfalls speziell, entspricht das alles der ersten Idee des Spiels? Das finde ich nämlich auch interessant. Was war die Idee für diese ganz eigene Optik? Hattest du da irgendwelche Vorlagen, Ideen, an denen du dich orientierst? Und ja, diese Kameraperspektive, du hattest ja Zelda schon so ein bisschen angesprochen auch. Ja, im Grunde hat es gestartet mit der Idee, wir haben, das war zurück in 2015, wir haben damals Blind Forest released. Das war im Grunde, ich sah Blind Forest immer als unseren Platformer. Ich sage dieses Ding immer, aber im Grunde ist es so passiert. Ich sah Blind Forest als unser Jump and Run, als unser Platformer, weil es im Grunde, es war ein Metroidvania, aber es war ein extrem Platformer-Focus. Deswegen hast ja du auch ein bisschen Probleme gehabt, weil du nicht so extrem skilled bist im Platforming. Hey, hey, hey. Und ich sah es immer so ein bisschen als unser Mario, deswegen. Und dann war die Idee, hey, wäre es nicht cool, wenn wir da neuen Zelda kriegen, so wie es Nintendo damals gemacht hat. 1985 haben sie Mario, rausbrach Super Mario Bros, 1986 Zelda. Und das war die Idee. Und dann ist mein erster Prototyp, war schon top down, dass ich einfach gemacht habe, hey, ich lasse mich von Link to the Past und so weiter inspirieren, weil das eins meiner liebsten Spiele überhaupt ist. und was wir dann gesehen haben, ist, dass dieses top down Ding extrem cool ist, auch fürs Combat. Dass du halt da Dinge machen kannst, die du in einem typischen RPG oder in einem 3D RPG a la Dark Souls oder sowas nicht machen kannst. Wir haben zum Beispiel diese ganzen Dash-Moves, wo dein Charakter irgendwie fünf Meter zurückspringt und dann nach vorne dashst und so weiter. Was auch fürs PVP extrem cool ist, weil du halt solche Moves machen kannst, wo dich ein Gegner versucht zu treffen mit einem Greatsword und du machst genau in dem Moment einen Special Move, wo du zurückjumpst und dann nach vorne dashst, um den Gegner noch ganz auszuwischen und einfach so ein Evade. Und das kannst du nicht machen, wenn die Kamera direkt hinter dir ist, weil es einfach extrem weird wäre, wenn du auf einmal zurückschnehst, weil du auch nicht siehst, was hinter dir ist und so weiter und dann springst du eine Klippe runter und solche Sachen. Das war die Idee und dann haben wir uns aber auch weiter angeschaut, wieso sie zum Beispiel, wenn ich mir jetzt Diablo 4 oder Path of Exile 2 ansehe und ich nehme zwei Screenshots her, eins von Diablo 4 oder Path of Exile 2 und zeige das normalen Leuten und ich nehme stark an, die würden den Unterschied nicht erkennen, weil halt die Spiele heutzutage alle diese PBR Workflows benutzen, einfach Physical Based Rendering und dann aber alle ziemlich gleich aussehen, wo auch Modelle und so weiter gekauft werden und so weiter und unser Ding bei Moon ist halt immer, nein, wir sind Artists, wir sind Künstler, wir haben ein paar der besten Artists in der Welt bei Moon, wir wollen alles Handcraften, wir wollen alles bei Hand machen, jedes einzelne Ding, wir wollen, dass unser Spiel ausschaut wie ein Gemälde. Meine größte Inspiration bezüglich einfach dem Look vom Spiel ist einfach Caravaggio. Dieses hell-dunkel, was ein Caravaggio damals gemacht hat, das siehst du in allen unseren Spielen, das hast du auch schon bei Orig sehen, dass wir von viel Detail und Kontrast zu ganz stark geschwarz gehen, einfach so auch schwarz wirklich featuren, deswegen funktioniert es auch so gut auf OLEDs und unsere Spiele sehen deswegen so gut aus auf OLEDs, weil halt wir auch wirklich so richtig diese Inky Blacks da sind. Und wer hat das jetzt designt? Also wer ist jetzt so der Artist oder habt ihr da Grafiker oder weil Caravaggio lebt ja nicht mehr, schwierig den anzuprobieren. Es ist unser ganzes Team, es gibt im Grunde, wir sitzen alle immer zusammen, machen alle Entscheidungen so, aber es ist unser ganzes Team, wir haben ein Art-Team, was extrem cool ist, aber es ist nicht eine Person, es ist immer unser ganzes Team, unser Brain Trust, wo wir einfach sagen, ich habe meinen Einfluss, dann unser Daniel hat einen Einfluss, Michael hat einen Einfluss und so weiter und wir sitzen alle zusammen und schauen einfach, dass wir ein richtig cooles Ding kriegen. Ich erinnere mich immer so an Star Wars, ich habe so viele Making-ofs von Star Wars gesehen früher, wo dann, da hat man dann immer gesehen, wie so George Lucas ins Art-Department gegangen ist und dann haben die ihm sozusagen 20 Entwürfe gezeigt, so kann C3PO aussehen oder so könnte Yoda aussehen, Yoda, und dann hat er sich die quasi alle zeigen lassen und dann gesagt, nee, mehr so, weniger so, mehr so, war das auch dann so bei euch und dass du dann da wirklich so, sagen kannst, ja, ich will, dass der noch ein bisschen dickere Unterarme hat. Ja, genau so funktioniert es. Genauso funktioniert es, dass du einfach, dass du einfach, wir haben jeden Tag, wenn ich ins Office komme, sehe ich irgendwelche coolen Konzepts oder Animationen und so weiter und mein Job ist halt auch, das Eis durchzusehen und einfach die Direction vorzulegen und ja, einfach zu sagen, in diese Richtung soll es gehen oder in die Richtung soll es gehen und die Leute müssen dann einem auch vertrauen, dass ich halt irgendwie eine große Vision im Hintergrund habe und ja, bis jetzt hat das immer ganz gut funktioniert, dass dann ein rundes Ding drausgekommen ist. Noch ein paar Fragen hier, fragt Simi, leveln die Gegner mit dir mit und Stevie fragt, gibt es sowas wie ein NG Plus mit besserem Loot? Ja, die Gegner leveln nicht direkt mit dir mit, aber wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad dynamisch, basierend auf deinem Progress. Das heißt, es ist nicht so wie bei Diablo 4, bei Diablo 4 haben die Gegner immer im Grunde den selben Level wie du, was ich ein bisschen komisch fand, da dann die Power-Progression nicht da ist. Ich will halt auch diese Momente haben, wo ich eine Riesen-Axt habe und dann bam, den Gegner, den ich am Anfang gesehen habe, den zerschnetzle ich jetzt mit ein, zwei Schlägen. Wir haben gewisse Momente, zum Beispiel jetzt in der Kampagne, wo wir einfach sagen, ab dem Punkt passieren Dinge und dann kommen auch stärkere Gegner in die Welt und das passiert ein paar Mal und so ändert sich dann auch der Loot. Das heißt, dass sobald stärkere Gegner da sind, dann weißt du auch, hey, okay, die könnten jetzt auch besseres Zeug droppen. Das ist die Idee dann, der Loot ändert sich auch basierend auf, hey, wenn du irgendwelche Bounties machst und so weiter, da könnte dann auch wieder, oder ist dann auch spezieller Loot drin und so weiter. Das war im Grunde unsere Idee, so dass du im Grunde beides hast. Dieses Gefühl von, okay, ich bin super stark und ich gehe jetzt zurück in diese frühere Gegend und kann dort alles zerschnetzeln, aber die Welt wartet nicht auf dich. Ab irgendeinem gewissen Punkt sind dann halt auch stärkere Gegner in der ganz, ganz ersten Zone. Ja, ich finde das immer bei so, ich finde das enorm wichtig bei Rollenspielen, dieses, wie hast du es genannt, overpowered feeling oder was? Power progression, dass du einfach so ein Gefühl von Power, dass du immer stärker wirst und das Gefühl hast von wow. Das finde ich so wichtig, weil das hat mich bei Diablo zum Beispiel jetzt beim letzten richtig genervt, dass der erste Kampf und der letzte Kampf sich mehr oder weniger fast gleich angefühlt haben, weil die immer, also du brauchst immer fünf Schläge für X. Genau. Egal, was ich für ein Equipment habe. Das ist eine Designentscheidung, die ich auch überhaupt nicht verstanden habe, dieses, okay, dass die Gegner und dann, weil da nimmst du im Grunde das RPG, das Rollenspielelement, ich habe dir das ja damals auch geschrieben, als wir alle als Diablo rauskönnen und wir alle gezockt haben, da nimmst du im Grunde komplett dieses Rollenspielding draus, weil die Idee von Rollenspiele ist ja, hey, ich starte als kleiner Loch und dann 20 Level später fühle ich mich schon extrem powerful, aber sobald, wenn du die Gegner mitleveln lässt oder mitgehen lässt mit deinem Charakter, passiert das halt nie. Du wirst dann nie den Moment haben, wo ein Schlag, bam! und wir haben halt auch zum Beispiel dieses Gips-System, was auch drauf reagiert, dass du halt, hey, wenn du wirklich stark bist, dann zerschneidest du auch tatsächlich die schwächeren Gegner und so weiter in der Hälfte oder teilst sie in der Mitte durch und solche Sachen. Das finde ich auch extrem wichtig. Ich liebe das in Rollenspielen, wenn ich, weiß ich nicht, behind enemy lines mich schleichen kann, vielleicht auch mal zwei krasseren Gegner, die ich nicht schaffe, ausweichen und dann schnapp ich mir irgendwo eine geile Waffe, ja, die hab ich mir gerade, er sneakt, eigentlich bin ich noch ganz am Anfang, aber ich hab mich irgendwie ins entfernte Gebiet gewagt, hab da was gefunden und das hilft mir jetzt am Anfang, so dieses, dieses Belohnen von Erforschen und abseits des Weges gehen, so, ne, das finde ich ist ... Dieser Moment von Dark Souls, ich geh in die Tomb of Giants gleich am Anfang von Firelink Shrine und find dort eine Waffe und dann bam, ja genau, das finde ich auch extrem wichtig und solche Sachen wollen wir halt auch haben, ja. Okay, was haben wir hier noch? Wenn du weg musst, du sagst Bescheid, ich will dir hier nicht die Zeit, ich weiß, heute ist Release Day. Was haben wir hier? Gibt es ein Endgame? So wie bei PoE, was ist PoE? Ach, Path of Exile. Path of Exile. Der Atlas, okay, kenn ich nicht, ich hab Path of Exile nie gespielt. Unser Endgame ist ein bisschen anders. Unser Endgame, es ist, wir haben nicht dieses eine System, sondern wir wollen halt viele, viele Systeme haben und die auch miteinander vereinen. Das heißt, unser Endgame, dadurch, dass das Spiel auch anders ist, ist unser Endgame auch nicht nur Combat, sondern da fließen halt viele Sachen rein, aber was, ich glaube, was die Leute da wissen wollen, ist einfach, erst mal gibt es die Situation, Serum Crucible. Das ist einfach so ein riesen Dungeon. Unsere Idee war, hey, sobald ich mein Endgame-Level erreicht hab, dann die Idee ist, dass wir sowas kriegen wie in Diablo 1, die Sanctuary. Weißt, Diablo 1 war im Grunde ein relativ simples Spiel und hab das, hey, ich bin hier, genau, wo ich einfach, hey, hier ist Tristram und dann, okay, hier ist die Sanctuary, geh 15 Levels runter, im 15. Level ist Diablo, kill him. Und die Serum Crucible ist im Grunde das, dass du einfach die, sobald du deinen Endgame-Charakter erreicht hast, dass du in die Serum Crucible reingehen kannst, dort sind viele, viele Levels und dann auf einmal ein Krisen-Endboss und mal schauen, wie lange es dauert, bis die Leute den legen werden. Das ist einmal das eine und das andere Ding ist halt auch zum Beispiel unser Live-System, dass du halt, dass die ganze Oberwelt auch noch dann zum Endgame wird, dass dann halt, sobald du deinen Endgame-Charakter hast, dass dann trotzdem die Challenge noch hoch genug ist und da werden wir auch neue Sachen noch kreieren, nachher, dass halt die Oberwelt, dass da noch immer neue Sachen reinkommen, das heißt, dass du nie wirklich, dass der Content nie wirklich auslaufen wird. Desorganisiert sagt, die größte Kritik auf Steam sind die Performance und die fehlende Möglichkeit der Tastenbelegung. Wie ist da der Sachstand? Dieses Tastenbelegungs-Ding, das kommt, da haben wir, das haben wir jetzt nicht hinbekommen für Early Access, aber ist im Grunde schon da. Das wird, das werden wir nachliefern und Performance ist genau dasselbe. Leute, es ist Early Access. es läuft im Grunde ganz okay jetzt schon, aber wir werden natürlich jetzt die nächsten Wochen und Monate extrem optimieren. Das heißt, Performance, mache ich mir keine Sorgen, das wird dann ganz gut flutschen. Also bei mir hat es geflutscht, aber ich habe auch einen ziemlich kleinen PC. Was haben wir hier? Wird es auch ein Affiliate für einen deutschen Creator geben? Ich weiß nicht genau, was das überhaupt ist. Ich glaube schon, oder? So diese Affiliate-Links, wo die Leute das Spiel ein bisschen billiger bekommen, wenn sie dir zuschauen oder sowas. Ich weiß nicht, ich rede einfach mit Private Division drüber, die soll dir einfach einen Link schicken. Okay. Ich weiß gar nicht, was das ist, aber ich mache es. Das ist bestimmt gut. So, die Frage, wann die PS5-Version her, haben wir schon beantwortet. When it's done. Meine, was haben wir hier noch? So ein bisschen mitleveln ist ja okay, aber vielleicht so 20 bis 40 Prozent der Mobs und auch nur bestimmte, vielleicht so Banden, die einen jagen oder higher level. Das ist auch so eine Sache. Seid ihr denn da eigentlich auch dann offen für, also jetzt geht es natürlich, dass die Leute sagen, ich hätte gern das, das, aber wenn Leute so richtig geile Ideen, wenn du irgendwo liest in einem Forum, eine geile Idee, dass du das dann ... Auf alle Fälle, das ist ja das Coole, das ist die ganze Idee dahinter, dass die Leute jetzt so auch Fantasien kreieren können und dann, wie cool wäre es, wenn die Leute, oder wenn ich zum Beispiel eure Knallheit durchgenommen sehe, wo ich dich bei Dark Souls, hey, wäre es nicht cool, wenn das passieren wird und wie cool wäre es, wenn dann auf einmal zwei Wochen später spielst du das Spiel nochmal und auf einmal passiert tatsächlich das, weißt? Das ist halt die coole Sache. Wir haben jetzt diese Plattform-Board, wo wir einfach crazy jetzt damit werden können und ja, das ist im Grunde die ganze Idee dahinter. Das ist, weil wir in Early Access sind. Hier eine interessante Frage nochmal von Phil Musouf. Wie aufwendig ist die Entwicklung von Boss-Angriffsmustern in Bezug auf Balancing und das Gefühl von einer Lernkurve des Spielers? Also das ist ja eher so eine entwicklertechnische Frage, aber das stelle ich mir auch extrem schwer vor, wenn man einen Boss entwickelt, dass er Spaß macht, challenging ist, eine Lernkurve hat, nicht frustriert, motiviert und was man da alles noch beachten muss. Ja, das ganze Combat-System bei uns ist extrem kompliziert. Jeden einzelnen Gegner zu machen und so weiter ist sehr komplex. Startet, da gibt es halt eine ganze Pipeline bei uns, dass wir starten dann immer mit, hey, hier ist mal das Konzept von dem Boss, was soll der machen, was fehlt uns noch, was für ein Archetyp soll das werden. Dann geht es mal dann gleich auch zu Modeling und Animationen und so weiter. Wir schauen uns das an. Wir machen sogar solche Preview-Videos, einfach die unsere Animators machen, was auch cool ist, dass du so unsere alten Disney-Animators hast, die dann auf einmal Bosskämpfe simulieren, in Maya einfach Animationen machen, wie cool das im Spiel ausschauen könnte. Und dann geht es halt irgendwann auch zu Designen. Wir bekommen diese Animationen raus explodiert und so weiter und versuchen das dann halt im Spiel aufzusetzen, sodass das so ähnlich ist wie das, was auch unsere Animators geplant haben. Und wir nehmen dann, wir machen dann halt den ganzen Rest mit Colliders aufsetzen, Hitboxes, das ganze Behavior Trees designen und so weiter und so weiter. Ist extrem komplex. Sarolf Grimm schreibt, wird es Crossplay geben? Ja. Wollte ich von Anfang an machen. Dass einfach die ganze Idee ist, hey, du sharest diese Welt zusammen, das ist ja auch der Grund, wieso die Realms so wichtig sind. Dass du einfach einer kreierst eine Welt und es soll komplett egal sein, auf welcher Plattform du spielst und so weiter. Das war ja auch, es gibt noch immer dieses blöde Gerücht, nicht, dass Microsoft uns damals gekündigt hat wegen diesem und jenem. Nein, das ist kompletter Quatsch. Was damals passiert ist, ist, dass wir von Anfang an gewusst haben, hey, wir wollen so einen riesen Action-RPG kreieren und es wäre crazy, wenn dann wir das nur auf der Xbox rausbringen, weil das Potenzial halt extrem groß ist, wenn wir sowas wie ein Diablo oder sowas rausbringen, dass dann halt das auf einer Plattform ist. Und Microsoft war da halt damals nicht einsichtig. Heute sind sie es. Heute wäre es kein Problem mehr, ein Spiel auf Playstation oder Nintendo rauszubringen und so weiter, auf einer Switch oder Switch 2 oder sowas rauszubringen. Damals war es nicht der Fall und deswegen haben wir gesagt, hey, das macht für uns keinen Sinn im Moment, jetzt mit Microsoft weiterzuarbeiten. Wir machen jetzt mit Private Division, weil wir dann Multiplattform machen können und Crossplay machen können. Dass du einfach wirklich haben kannst, okay, egal ob ich auf einer Playstation bin, auf einer Xbox bin, ob ich es mobile spiele, ob ich GeForce Now spiele oder auf Steam oder sowas, dass einfach die Leute miteinander spielen können. Ich habe mal eine Frage, nicht direkt zu Wicked von Shibirmic. Hat Thomas schon mal mit dem legendären Phil Spencer gesprochen? Ja, klar. Ich schreibe immer wieder mal mit ihm. Das ist ja legendär. Man kennt sich in der Szene. Wie ist denn das eigentlich? Hast du, ich nehme mal an, wenn du mir schon irgendwie mal Einblicke gegeben hast in das Spiel, bevor es released wurde, hast du sicherlich auch dem einen oder anderen Entwickler oder weiß ich nicht was mal zugeschickt, hast du da auch Feedback gekriegt von Leuten aus der Branche, die dir Tipps gegeben haben oder Inspiration? Ja, ich bin ein, damals war ich ja auch bei Blizzard, weißt du, du weißt ja auch, ich bin von der Kunstschule dann direkt von Blizzard angeheuert worden und ich war schon immer ein Riesenfan von Rob Pardo, von dem Game Designer, der damals bei Blizzard, Starcraft, Warcraft und so weiter, so viel Influence gehabt hat und ich bin immer wieder im Touch mit ihm und lasse mich auch von ihm ein bisschen beraten und zeige ihm unsere Spiele und so weiter und auch firmentechnisch oder wie man ein Team aufbaut und so weiter. Das sind halt auch die Dinge, die nie besprochen werden, was ich ein bisschen schade finde, dieses ganze Teambuilding und wie schaust du, dass du wirklich ein Team hast, dass das Team immer motiviert ist und dass die Leute wirklich, das wird in der Spieleindustrie kaum diskutiert. Da will ich vielleicht auch auf Twitter ein bisschen mehr machen, dass die Leute ein bisschen mehr Einblick bekommen in wie unser Team funktioniert und wie wir halt Teambuilding machen und so weiter und wieso unsere Leute so leidenschaftlich sind. Da lasse ich mich natürlich auch inspirieren von Leuten wie ein Warpardo, der 20 Jahre lang Blizzard geleitet hat und so weiter. Ja, klar. Wenn jetzt, also wie, wie werdet ihr die EA-Phase bewerten? Also wann könnt ihr so mal so ein, wann könnt ihr mal so einen Strich ziehen und sagen so, das war gut, das war schlecht. Also jetzt ist ja, heute ist ja erster Tag, aber gibt es jetzt schon so einen Zeitpunkt, wo ihr sagt, so in einer Woche oder in einem Monat wollen wir mal gucken auf die Zahlen, auf das Feedback oder wie läuft das jetzt? Ja, ich habe keine Ahnung. Wir hoffen einfach, dass es sich gut genug verkauft, dass wir einfach weiter dran werkeln können. Das ist im Grunde die ganze Idee und uns geht es einfach nur darum, wirklich so eine Spielspaßgranate rauszuhauen. Einfach schauen, dass wir es, dass wir, wir sollen einfach darauf fokussiert sein, auf nichts anderes als wir wollen haben, dass das Ding extrem viel Spaß macht. That's it. Alles klar. Dann würde ich jetzt einfach mal sagen, vielen Dank. Du hast ja auch wahrscheinlich nicht so viel geschlafen, ich weiß es nicht, aber ich wünsche dir noch auf jeden Fall einen super Release Day heute und mit viel, viel positivem Feedback, mit dem du gut arbeiten kannst. Und danke, dass du so spontan hier reingeschneit bist. Immer gerne. Wir können das auch wiederholen, sobald du ein bisschen mehr gespielt hast. Gerne, gerne. Weil ich würde dann halt auch das Feedback von dir wissen, sobald du dann weiter bist und so weiter. Was war dein Eindruck? Was hat dir gefallen? Was hat dir nicht gefallen? Und so weiter. Ich glaube, es wäre interessant, dass wir so eine offene Diskussion haben. Sehr gerne. Oh, in die und die Richtung soll es gehen, etc. Sehr gerne. Ich kann dir jetzt schon sagen, der eine Gegner, der mich da eben runtergestoßen hat, gekillt hat, den könnt ihr gerne nerven. Nee, aber ich freue mich schon richtig, weiterzuspielen. und dann können wir gerne in ein paar Wochen oder weiß ich nicht, weil wenn ich ein bisschen mehr gezockt habe, nochmal uns zusammentun und quatschen und Feedback austauschen. Da würde ich mich sehr freuen. Würde mich auch freuen. Also Thomas, dann vielen Dank für den spontanen Beitritt und jetzt noch viel Glück beim Release Day und alles Gute. Eddie, freut mich immer und viel Spaß im Stream noch und viel, viel Hallo und so an deine Fans. Jo, vielen Dank. Ciao Thomas. Danke, bye-bye. Tschüss. Das war Thomas Mahler, CEO und Game Director von den Moon Studios. Mega cool, dass er jetzt hier spontan nochmal ein paar Fragen beantworten konnte und ich werde das Angebot auf jeden Fall annehmen, wenn ich mehr gespielt habe. Ich habe jetzt so drei Stunden gespielt, bin aber noch nicht an dem Punkt, an dem ich schon war bei der Preview. Das heißt, ich habe jetzt in den drei Stunden noch nicht so viel Neues gezockt, was ich nicht schon kannte. Das wird dann in der nächsten Session passieren, wenn ich dann in die Stadt komme und ja, noch vieles, vieles Neues erlebe. Dann werde ich mich irgendwann wieder mal mit ihm zusammenschließen und dann ganz offen über das Spiel reden. Das ist echt auch super angenehm, weil Thomas wirklich einer ist, der ein offenes Ohr hat und sehr interessiert ist daran, was die Leute sagen. Er möchte halt wirklich logischerweise, wie fast, nehme ich mal an, alle Entwickler, dass es den Leuten gut gefällt. Aber ich habe das Gefühl, dass er sehr feine Antennen da hat und da freue ich mich drauf, wenn man da auch irgendwie Feedback geben kann. Das ist das Nächste, wie ich rankomme, an mein Traumspiel ist, jemanden zu kennen, der Spiele entwickelt und dem zu sagen, ey, mach mal, dass die Estus Flask 20 Prozent mehr heilt. Oder so. Oder versteck doch mal einen Dragonsword plus fünf unter einem Aufzug. Es kann doch nicht so schwer sein. Ich gucke unter jedem Aufzug, in jedem Rollenspiel seit 30 Jahren und nie ist das Drachenschwert plus fünfter. Das ist das Nächste.